So, Guys, seid ihr ready? Nightmare Nacht 6 Gibt es hier noch einen Phone Call? Oh, es gibt einen Phone Call. Okay, dann bin ich leise. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was? Was? Was hätt ich denn machen sollen? Weißt du, der ist im Vent? Und das Spiel trollt mich einfach indem er meine Kamera kaputt macht. Ey, das Spiel trollt einen so richtig. Nachricht zurückgezogen, Nachricht zurückgezogen. Ey, jetzt ärgert mich auch noch der Chat mal wieder. Ich bin eine Banane, super. Es freut mich für dich. Weil ich dachte, ich schaffst du fürs Try. Er ist im Vent? Ich bin tot. Ah, ich bin tot. Nein! Piss dich, Olle. Hä? Vent? Der kann doch gar nicht im Vent sein, wenn er hier ist. Er ist doch hier. Hi! Na, willst du mich killen? Warum geht er mich nicht? Ich bin verwirrt. Spiels verwackt. Jetzt geht er mich. Er wollte mich nur nerven, langweilen. Ist er am Vent? Nein. Nein, 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 nein. Doch! Jetzt ist er am Vent! Hi! Ich bin tot. Er ist hier neben mir. Der jumpscapt mich jetzt. Der ist direkt neben mir. Hi! Ich bin tot. Er ist bei mir. Wer ist links neben mir? Ich hab's nicht rechtzeitig schaffen können. Richtig? Na, jetzt sowieso. Na, das war's. Ach, come on! Der teased mich nur! Du Kecko! Ab mit dir in den Raum! Ich bin tot. Hi! Ich bin mal über Discord-Nachricht zurückgezogen. Wo ist er jetzt? Ist er jetzt doch in den Raum? Ne, er ist hier. Geht mich! Meine Güte ist voll Jem. Gott demn. als auch warum geht doch schon kann er mich nicht einfach killen leute sind ja noch kommen ja kill me ja hi kill me kill me kill me alter was ist für ein kecko willst du mich jetzt ich mache sogar für die hier wenn du okay ja es käme ich endlich der braucht zehn jahre um jemanden umzubringen was ist das denn für ein profi genau toller profi jetzt bin ich wirklich tot es liegt neben mir ja es gab gespawnt hat es ja könnte gar nicht sehen aber es hat gespawnt ich bin tot super konnte ich nicht hören hurensohn oh danke freddy kann er check ob er entschafft ist nein ist er nicht er ist hier alles elektro leute jetzt nicht mehr ich habe ich habe weggeklickt ich schwörs euch leute ich habe warum es geht gar nicht den geilen strohstuhl der kniecht immer rum genauso wie dieser huren so nicht weg quietschen wenn ich ihn immer in die frist geschlagen hierzu hä ah es ist freddy was ist nur freddy hab ich recht? ja es ist freddy juckt mich nicht das ist nur fredboy was? schon wieder im band? oh god ich habe Chigame bisher immer noch nicht gesehen ich habe keine hä? das spiel ist verglitscht spiel ist fucking verglitscht was zum ficken was habe ich falsch gemacht? ja gibt es keine antwort dazu hier was mit hier? oh no ich habe nie gesehen dass sie hier einen arm hatte ich dachte immer sie hätte keinen arm schichame aber what the fuck dieser hurensohn das das was 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 und ich bin dort fick dich doch spiel jetzt kommt er in mein office rein durch den vent oder hab ich recht es ist freiwilliam du kleiner du kommst jetzt nicht rein haben so stunden was hätte ich dagegen machen sollen wir noch los einfach was hier es war nicht der echte was denn so we beginnt ach so ich hab's verknackt jetzt müssen wir wollen wo ist er gerade wo ist er gerade ist jetzt hier ich versuche mal hier hin zu schicken nach gutem vent ich habe ihn hier gehört vier uhr morgens was habe ich falsch gemacht ach so fern hat mich gejumpscapt kreeper kreeper oh man was baby tonight hello grab your dick and your shoveling boat again boat again again er ist schon baba bei mir was soll ich jetzt machen jetzt bin ich am arsch du spiel bist doch scheiße du spiel bist doch scheiße jetzt hab ich keine chance mehr zu gewinnen 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 just when you think you're safe overhear some hissing from right behind right behind ice 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 warte kurz bis Freddy weg geht warte kurz bis Freddy weg geht vent vent er ist in vent mich einfach warum nein ich wollte exakt egal ich einfach ich habe schon verkackt 10 jahre wieso und meine nein weil das erstmal gehört habe weil das jemand im konzentrieren an die musik leistetischen musik ist die schiff hast du die musikliste bei euch und ne du wichser du hurensohn wieder verkackt ich weiß nicht was auf mich reimt aber bitte verpüß dich ich will gewinn ich will gewinn aber lässt mich nicht was zum fick was soll der scheiß ich will doch nur mal gewinnen das ist doch so unfair spiel niemals um drei uhr morgens die keine pappe zu dem raum die gut ich kurz beides da geht er da oder geht er da sohn ah don't play at night i know you're looking at the game and you're feeling kind of brave go to bed you'll be all right don't play this game don't play this game oh no da ist sogar ein geiles großer was what wo war der was halte ich versuche schon sie ich oh fuck ich sehe nichts oh come on nur spiel er ist gespawnt oder ja war er aber ich bin schon tot great 5am oh 5am 5am 1 er ist davor Man sieht es nicht Aber ich sehe ihn, dass er davor ist Hier, da ist er Ich kenne mich einfach Naja, komm, brauch zu warten Das hätt's eh nicht geschafft Freddy hat mich so oder so noch spätestens Gleich um 4 Uhr morgens irgendwann gekillt Wenn du so mit Maikung gehst Da war schon kein Gruß What the fuck, von wo kam der? Wie? Das Spiel verarscht mich wieder Warum verarscht mich das Spiel manchmal? Ich check's nicht 5RM Er ist im Vent Ich bin tot Ich hab ihn gesehen Fuck, ich hab ihn gesehen Nein Ich hätt ihn anstören sollen Ne, hätt ich eh nicht können Weil Freddy da war Was soll denn das? Wie ist er zu mir gekommen? Wie? Der ist einfach zu mir gespawnt 5RM, oh, ey Darf er es nicht schaffen, ey Ihr könnt jetzt es schaffen Spawn wir einfach mal direkt in seinem Office rein Yes Er ist schon wieder den gleichen Band reingegangen Aber dafür schreckt mich Foxy Oh fuck Oh gosh Oh gosh Noch nicht freuen Ich komm jetzt hier Ich komm jetzt rechts reingegangen Ich hör ihn noch Ich hab links zugemacht Was willst du? Das Spiel ist Leute, warum ist dieses Spiel so fucking verglübt? Ich... Okay Wieso? Das Spiel ist no joke verglübt Ich schwöre euch Hi Er war rechts drinnen Ja, dann bin ich tot Hallo Richtig? Ja, jetzt ist die Kamera Oh fuck Ich bin tot Ja Ich hatte Ich hab gedacht Ich mach nur Audio Dann lock ich ihn schnell weg Ich hab schon verloren Wenn er einmal hier durchgegangen ist Dann geht er nicht mehr zurück, Leute Ich versuche jetzt ihn mit Freddy zu teilen 5 AM Oh fuck 5 AM Oh, ich war so nah dran Oder das passiert Alles Ja, super Na klar Ich bin schon wieder tot Komm, kill mich einfach Come on Kill mich einfach Kill mich einfach Komm Kill mich einfach Ich hab keinen Bock mehr Kill mich Ich bin doch eh tot 10 Jahre Ja Wisst ihr, was ich Wisst ihr jetzt, was ich meine? Die Kamera geht Immer dann aus Wenn er im Vent ist Und genau in dem Moment Muss ich ja gucken Wo er ist Anscheinend war er gerade oben Und jetzt hab ich verkackt Weil er oben war Und ich dachte, er wäre seitlich Kann ich was dafür? Nein Kann ich nicht Ich konnte nichts dafür Dass dieses fucking Komm, kill mich einfach Bitte Ja, kill mich Ich konnte absolut nichts dafür Dass dieses fucking Kamerasystem Einfach kaputt gegangen ist Ich konnte es auch nicht riechen Dass es kaputt gehen wird Oder? Äh Das ist fake, oder? Nein? Er ist immer noch in dem Raum Hab er nicht Jetzt ist er weg Ne Hab den gerade gesehen Er ist hier in Grand Ja, jetzt hab ich wieder verkackt Hallo Aber ich finde das auch scheiße Ich find alles scheiße hier Wieder verkackt Oh fuck Freddy Ah, ist da hier an der Tür Warum dupliziert er sich immer Wenn man so eine Halluzination Ventilation Hurensohn bekommt, ey Warum dupliziert er sich dann? Okay, merken Nach einem Jumpscare Ist er wahrscheinlich bei mir Also wegschicken Also unten wegschicken Ach, du bist doch so ein Wichser Wetten, wenn ich jetzt Audio wieder repairen will Ey, ich hab echt keinen Bock mehr auf dich Ich bin eh tot Komm Was passiert denn, wenn ich ein Hirn schicke? Bin ich ein Inzentrot? Kann ich eigentlich mal auf... Ja, gut Wee, du Ära Hi Neue Taktik Ja, und jetzt hab ich verkackt Weil jetzt will er hier nicht mehr rein Er will nirgends wo mehr rein Kann ich ihn in diesen Raum schicken? Wenn ja, was bringt das? Hi Ja, wenn ich's versuche, dann ist alles bei mir im Arsch Ja Ich würd sagen, einfach so Mauer noch Und dann Erhol ich mir das Messer Ja, ich hol mir jetzt das gleiche Messer, Alter Dann stöß ich ihn mit mir auf Drei Uhr morgens Ingame Er ist im Band Fuck, ich bin tot, ja Ich bin tot, das war mir Ist direkt hier vor der Tür richtig, ja Gut, Leute, dann Ähm Ja Das Sieht so aus, als wäre er hier, aber Das ist einfach hier Super Warum ist Error? Warum blinkt das hier? Ist er schon da? Ne Wo ist er? No joke, ne? Er muss ja eigentlich schon hier irgendwo sein Ist er hier? Gleich ein Hirnloch Oh Scheiße Ich hab verloren Wenn er jetzt rennt, bin ich tot Audio reparieren? Ja, ich bin tot Cool Geht der schon mal gut los? Hi Komm, kill mich einfach Komm, kill mich einfach Ja, komm Kill Komm einfach rein und kill mich Ja, komm Komm doch einfach und kill mich Alter, dass er mal 10 Jahre braucht Endlich Junge, das ist doch so lächerlich Ist er im Vent Nein Habt ihr ihn gesehen? Ich bin tot Er ist links neben mir Er ist hier links in dem Raum Hier ist er In diesem Hall Super Ich bin tot Der wird nicht mehr zurückkommen Er ist jetzt hier Jetzt wird er mich abscannen Ich bin tot Hi Ach, come on Ich bin tot Der ist schon bei mir So oft wie ich Wie ich schwarz vor Augen werde Der ist hier Ich sehe ihn hier in diesem Raum Mach ich mir mal kurz zu Ich sehe ihn hier Er ist hier Nein Nein Er ist Fick dich Bleib bitte da Ach nein Ich bin tot Ich bin sowas von tot Oh, da kommt er an mit seinen Lach-Emojis Er ist im Vent Er ist im Vent Ist im Vent Und ist im Wett Fick, fack, fack Machst du Beeilung Voila Machen sie Beeilung Ja, der ist schon hier Ja Er war unten rechts Er war unten rechts Was? Ah, das ist Freddy, oder? Ah, das ist nur Freddy Der kleine Fredboy Ja, das ist nur Freddy Alles gut Vent Ich spiele mal hier einen Sound Und mach Okay Okay Wie? das spiel ist viel zu verglutscht was zum fick ich mach mal hier was ich von foxy jump ich habe gerade geguckt habe audio gespielt und das ist auch meistens hier was soll ich machen foxy nicht mehr aber wir hatten ja ja ich bin ganz toll ja jetzt kommen wieder all ab war klar ich habe selber keinen bock mehr leute bei ja bei alle ab ja ist jetzt hier was soll ich denn ich kann nicht so schnell reagieren ich mache das ding hoch und der rennt schon weg ich habe mir gerade audio gespielt was soll ich bitte machen hallo spiel ist das spiel überhaupt richtig programmiert worden hat das überhaupt getestet das neue update geht jetzt mal no joke ich glaube das spiel gar nicht mehr getestet nach dem neuen update ich bin schon tot der ist direkt da hinten und der wird mich jetzt ganz gern egal was ich mache der wird mich jetzt ganz gut und was konnte ich dafür gar nicht ja jetzt mal eben damit es schneller geht ja hier wenn man sieht es nicht aber ich sehe hier so ein stück kopf weil ich bitte spiel spiel ich habe nichts falsch gemacht creeper ich habe mich noch mal hier drin ich sehe dass wenn ich in den raum gucke dann geht einfach meine video also voll kaputt das ist immer so ich weiß nicht gescriptet hier ich ruf ihn mal hier hin ich glaube es ist ja hier hinter der tür sitzt näher ist und hier ist schon da ich sehe ja wo ist denn überhaupt ich sehe nichts warum kann mir bitte jemand erklären warum er schon hier war warum durfte ich nicht sehen dass er hier gewesen ist ich konnte das nicht sehen cool soll ich jetzt die ganze zeit so machen soll ich jetzt so das spiel spielen oder wie soll ich das spiel sind soll ich das spiel spielen das ist doch ein tolles gameplay wenn ich so die ganze zeit machen muss oder aber immer noch 10 euro für ausgeben das spiel kostet sogar 8 euro leute die ganzen knappteile außer der erste die kosten alle 5 euro ist doch geiles game bettet ich auch soll ich noch meinen meisten spielspart ja komm mal so komm 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 Wie sieht es eigentlich in der Kärme aus? Er steht vor der Tür. Okay, soweit ich es jetzt verstanden habe, auf 9 und 10 die ganze Zeit wackeln lassen, bis 2 Uhr morgens irgendwann, irgendwann auf 2 Uhr morgens, hat er sich dann, nee, ich hab keinen Bock mehr, hat er ab, einfach so, oder du hast irgendwas falsch gemacht, was weiß ich. Dann, ähm, Cam 6, ihn die ganze Zeit halten, wenn er dann keinen Bock mehr hat, auf Cam 6 zu gehen, dann heißt es nur noch, Cam 2, und hoffen, dass er auf Cam 2 bleibt, oder sogar abhaut. Und dann bei, da natürlich bei Cam 2 auch die, man muss immer in den Orten dann richtig die Events zu machen, aber das habe ich ja mehr oder weniger drauf, denke ich mal, hoffe ich mal, weiß ich nicht. Ich werde es mal versuchen. Oh, das Bild, ähm, jetzt. Wo ist er? Wo war er, hä? Cool, super, voll spiel. Ich meine, schlecht war es nicht, das war eine gute Taktik, könnte sogar funktionieren. Ich weiß es aber nicht, ob es funktioniert. Okay, er ist da, dann schicken wir ihn hier hin. Machen wir hier zu. Warum geht ihr nicht in den Raum rein, Leute? Was? Nachricht zurückgezogen, habe ich gar nicht gesehen. Wo ist er? 1 a.m.? Nein, kein 1 a.m. Ich habe es auch nicht gesehen. Kommen. Jetzt ist er hier. Okay. Okay. Das ist hier. Gut, habe ich zugemacht, dann mache ich hier. Er ist jetzt hier in diesem Raum, ne? Dann schicken wir ihn mal hier, würde ich sagen. Wenn er jetzt in diesem Raum ist. Machen wir ihn hier zu. Reset. Ah, er ist im Wend, ich bin tot. Wenn er jetzt links ist. Trampel, 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 wo ist er? Ah, hi. So, jetzt hat er da verkackt. Hat sich durchgeschafft und steht wieder hier. Dann würde er abhauen und dann rufen wir ihn wieder zurück. Und dann machen wir ein Video. So, jetzt werden wir noch so lange hin und her schieben, bis irgendwas passiert. Bis er einfach nicht mehr zurückkommt. Ja, jetzt haut er einfach ab. Jetzt kommt er nicht mehr zurück. Jetzt in diesem Raum halten. Bis es nicht mehr geht. Komm, die ganze. Guten Morgen. Guten Morgen. Was ist dein Lieblingszauber-Spruch bei Hero? Nein, Foxy. Nein. Jetzt kriege ich einen Doppeljumpscare. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich glaube, der ist aber hier bei mir. Ich glaube, der kommt mir jetzt einfach gleich reingestürmt. Oder? Ich sehe nichts. Warum mache ich Ventile? Was? Freddy, bitte sag mir, das ist Freddy. Das... Das Springtrap. Fuck. Hau die Eure auf, fuck. Hero, ich will mit Kamikaze. Hi. Ich will das ja nicht. Ist er hier? Wo ist er denn? Ich hoffe, er hat was gebracht. Ich weiß es aber nicht. Ja, bitte Audio. Bitte nicht verklicken. Ist er schon in meinem Raum? Nein. Hi. Okay, er ist in diesem Raum, glaube ich. Vermute ich mal. Vorher. Bist du nicht vorher? Jeez. Kommt näher. Naja, kommt näher. Hallo. Ich geh nach links. Freddy hier. Ja. Okay, Leute. Warten, bis Freddy weg ist und dann nach links gucken. Freddy weg. Freddy weg. Freddy weg. Freddy weg. tu es nicht es bürnt oh mein Gott Leute er verbrennt am Ende Da! Oh, holy shit! Oh mein Gott, sieht man's? Ich hab drei Sterne! Falsch getippt. Oh mein Gott, Leute. Okay, Extras, Leute. Die zeige ich euch noch. Und zwar gibt es hier ein neues Jumpscare. Das war der Ersten, den man sehen kann. Den, den wir am meisten gesehen haben. Dann gibt's noch den hier, wenn er von rechts kommt. Chica, den wir einmal gesehen haben. Foxy. Freddy, der Keko. Und Balloonball, der anscheinend irgendwie existiert, ja. So, und zwar gibt es hier nämlich Sheets, Leute. Es gibt die Fast Nights. Es gibt Radar. Es gibt Aggressive. Und es gibt No Errors. Also alle anderen sind natürlich gut, ne? Radar, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Aber ich glaub, das soll dann heißen, man sieht, wo er ist. Und Aggressive ist natürlich Aggressive Nightmare. Das war dann Nacht 7. Oh mein Gott, er hat 3 Sterne. Ja, Mann. Und jetzt haben wir nämlich auf, bei den von der Bams haben und dem saubern. Und dann, die Bamsen in der Bamsen in der Bamsen. Untertitelung des ZDF, 2020